Ich weiß, ich will trotzdem mehr mit dem Helio ausprobieren. Also Koruma am Start? Ich hab ihn gerufen, den Koruma. Wer sollte dann da am Start sein? Hallo, Koruma, du bist zwar nicht Knight Rider? Ich mach meine Kit. Alter, warte. So viel Bullshit kannst du dich ertragen, oder was? Eigentlich doch. Der meiste Bullshit kommt da von ihm? Das hab ich jetzt aber mal überhört. Das kannst du? Ja, was hast du gesagt? Spacko. Das ist eigentlich doch dein Kaffee-fressenden Hund. Ja. Okay. Der Marco Jakobs. Nein, Milka Kakao-Pets. Die teuren. Und Telet. Ja, gestern hat er fast genug mehr gekriegt, wenn er irgendwas gefressen hat. Und dann hat Furo... Gestern hat er Nacht um zwei Uhr... Also hörst du doch. Ha, ha, ha. Und dann hat Furo Mund zu Schnauze Massage gemacht. Massage. Überatmung. Mund zu Schnauze. Das war... Nee. Jetzt will ich doch selbst aufwählen. Nein, Gott. Ist schon still. Wir sollten die Aufnahmen beenden. Ist das Tor dazu? Huch. Ja, die haben auf einmal das Feuer eröffnet, obwohl wir noch nichts gemacht haben. Ich hab dir angerufen, dass du die macht. Ach so, okay. Alles klar. So, jetzt aber. Ich hab dir die Kirche heute saubig. Was für eine Kirche. Im Hintergrund. Okay. Ach die. Ist down? Ja. Der macht gut oder was? Bitte? Hast du fotografiert? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was für eine Kirche? Runde 7,6. Hooh, boah, flieg der. Warte mal, warte mal, warte mal. Das war der To-Boost von seinem KID. Pff, warte mal, alter. Boah, die Bullen sind auch grad geflogen. Ja, ich weiß, ich hab sie auch gerammt. Soll ich Läste anrufen oder willst du flüchten? Das geht, glaub ich, bei der Mission. Bei der schon. Du kannst kein Heli rufen. schon unterwegs ja dann helf uns ja lass mal im flug die arbeit machen wir kommen zu dir hingeflogen gefahren und du kannst du die helix an die kommen zu geflogen koma alles klar ich fliege doch halbwegs die springste ich komme jetzt gemächtig fest oder ist okay gut die arbeit ist ja ich würde es natürlich in der schien wir sind am springen quasi schrägstrich fliegen das war der baum wir müssen gucken dass wir hier von den bullen wegkommen ich glaube die sind ja damit beschäftigt den fluss zu jahren hoch da oben war eine explosionsfolge ruft achtung links 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 johann jetzt Prozent oder für diese ausgabe ausgabe aus er hat auch ein es ist auch nicht habe ich zu einem Problem der kam auch Prozent der Wut die Sokontelle spät er soll gespawnt ihr euch nichts machen der Beirat und so oder so geknackt Stahlbaum Stahlbusch oder was? Ja, mein ich ja. Stahlbusch! Boah, was hast du so falsch gehört? Nee, Busch, Achtel. Richtig. Juhu, Luftunterstützung ist da. Oh, hier ist ja ein Licht. Stahlbusch. Stahlbäume, ich sag ja nur Altes. Boah, die Stahlzäune, Alter. Wie war das so cool? Juhu. Juhu, da war das ja genauso. Schießt, Rotor fang dich wieder, danke. Okay. Juhu. Ja, mach mal, ruf mal letzter an. Ja. Oh, dann selber entfernen. Jawohl. Ha, alles durch meine Fahrkünste. Was? Was? Huch. Ey, irgendwie hast du Sinn nicht, dass wir wieder einen Stern haben. Ich hab mich gerade Läster gerufen. What the fuck, Alter? Ja. Ich hab behindert, der Schätzbulle. Hä? Ey, ich hab letzter gerufen. Ja, ja, ich glaub ich dir. Aber plötzlich, weil das hätten wir nämlich wieder weiterhin vier Sterne. Jetzt haben wir nur einen, der jetzt am beleuchten ist. Was? Davon bloß nicht hier in Helien kommen. Entgegen kommen, sonst haben wir ein Problem. Ja, Fuhr ist ja da. Nein. Stimmt. Der ist am springen, abspringen. Oh, ich höre. Ich höre. Ich höre. Also auch schon wieder die Brüder. Okay. Go, go, go. Jupp. Der Punk hat uns gerettet. Dein Leben am Limit. Ich weiß, dass du der scheiß Spruch kommt, du musst trotzdem verlassen. Das ist doch so voll erwartungsfroh. Wann kommt der endlich, der Spruch? Naja, ich sag, er stimmt, du bist Trump, ne? Nein, wie heißt das? Boah. Boah. Boah, jetzt ohne Katze gibt's Humanity, ey. Oh. Ey, das wäre wirklich witzig. Ah, heißt das auf Deutsch, oder? Ja, ne? Hol den Tabletop-Simulator, lad der die passende Mod runter? Ja, den Tabletop-Simulator, der kostet ja 40 Euro. Was? Oder nicht? Ne. Lange nicht. Ne. Okay. Dann 60. 20 Euro. Wie viel? 25? 20. 40. 14. Das geht. Kills Null, ey, ich hab die ganzen Schwester Helis runtergeholt. Nein. Weil... Scheiß Spiel. Raus machen und die jetzt soll ja... Kurze Lumpenzeit, oder? Kiste an der Küste. Ne, Kiste an der Küste. Ketten haben wir schon gemacht. Ja, die haben wir schon auf Band, wollte ich sagen. Die haben wir ja auch irgendwie. Ja, die haben wir ja nur abgebrochen, weil der Flo raus geflogen ist. Passiert. Ich bin jetzt echt dabei auf dein Name und auf Kicken. Was? Warte. Schönes blaues Auge hast du da. Dich? Ja. Ja. Echt? Echt? Voll die... Voll das blaue Auge. Hat es wohl schon auf die Fresse gekriegt. Ja, ungefähr. Oh ne, die ist voll Kacke jetzt hier. Und du ist ruhig noch raus. Ja, das ist grad eingefallen, welcher das ist. Ich steh im Busch. Ja, da stehst du gut. Ist nur ein Geier, der Typ, ne? Steh in den Lastwagen. Ja. Ach, die Scheiße. Ja. Wir sind am Arsch der Welt. Ja, das ist ja auch am Arsch der Welt. Ja. Hätt ich fast überfahren. Ja. Ich hab noch nicht gesehen, dass du losgefahren bist. Die Seek. Was? Das ist Leasing. 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 Cool. Das Auto. Ich würde... Ja gut, er kann da reinfahren mit seinem... Corona. Zieh ich ein bisschen hier Feuer auf mich. Headshirt. Headshirt. Da kann ich mal stehen bleiben. Brustschuss. Headshirt. Na ja, nicht ganz. Sehen die noch welche? Ja. Ne, ich sehe die nicht. Ich hab auch Schießerei aber... Da sind noch welche natürlich. Ich sag, wo sind denn welche? Am Strand jetzt weiter. Ja, da schießt einer. Ich war gerade. Ich hab ihn. Ich glaube, wir müssen gleich eher darum kümmern, dass der Stefan hier noch... nicht mehr arbeiten. Du bist oben, ne? Soll ich dich mitnehmen, oder? Ich? Ja, ich Corona. Okay. Fahr weiter die Straße hoch. Da kommt direkt Anna. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt zum Fuß unterwegs ist oder im Haus. Ich bin ausgestiegen. Fahr weiter. Ich bin das Auto, was da steht. Ach, steige ein. Dann kannst du mir so ein bisschen Deckung geben. Oder? Kannst du hinten draufsteigen? Versuch das mal. Ja, ich meine ja nur, ob das geht. Glaube ich aber nicht, ne? Na, so draufsteigen meinte ich das jetzt nicht, weil du wirst definitiv runterfliegen. Oder auch nicht. Wie denn draufsteigen? Ja, hinten sind doch so Stangen, wo man sich festhalten kann. Als ob der sich da feste hält. Ja, hätte ja sein können. Du fliegst nicht? Wie ist das denn? Ich habe hier diesen Schleichmodus aktiviert. Keine Ahnung. Ah, okay. Das ist ja cool. Wie ist die Luft da oben? Noch ganz gut. Wird gleich bleihaltiger. Aber bei deinen Fahrkünsten bin ich mir nicht sicher. Was? Oh, da kommt noch einer. Du Dich! Du Dich! Du Dich! Du Dich! Du Dich! Du Dich! Ich habe doch gesagt, du Dich! Du Dich! What the f... Das hat er nicht ernsthaft gemacht. Doch, er steht da oben drauf. Im Schleichmodus, das wäre ich halt, das wäre ich Spider-Mensch. Kleb mir voll fest. Holy shit! Oh shit! Ja gut, das Teil ist aber auch nicht schnell, ne? Achtung! Oh oh! Miko, geh weg da! Ich versuche hier ein bisschen den Weg freizukommen. Wow! Alter! Der hat doch mal gekracht. Der war ordentlich. Der war knapp hier wieder. Der war richtig knapp. Guck mal, guck mal, nur für Dich. Auch hat nicht funktioniert. Hehehe! Ah geil, Alter! Das ist die ganze Rechtseid-Tatsache! Hehehe! Hehehe! Spidey! Hehehe! Ey, Tobel Maguire, was geht? Hehehe! Hehehe-Hehehe! Hehehe! 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 Wie fährst du? Ich fahr... Ich habe bis jetzt noch nichts gerammt, gerade! Hehehe! Ech! Ich bin so fasziniert, muss ich sagen. Ja, ich aber auch. Am geilsten jetzt, guck mal jetzt, guck mal jetzt. Kommt her. Da bist du zu klein für. Oh, ich hab die Auswahl nicht gekriegt. Ja, weil er da mit seiner Minigun am rumspielen ist. Das klang irgendwie voll falsch. Ja, ho, 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 ho. Oh, he, 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 he. Das ist aber geistig, in die runterfliegen. Ja, vielleicht liegt's auch an den Schuhen, die da anders. Ja, patentierte Flabber mit ... Ah, oh mein Gott, ah, Flabber. Ja, nee, ist klar. Dafür, dass jetzt ... Warum passiert dir nichts mehr? Häh? Ist genug Action? Nee. Kannst dich bewegen? Aber was meinst du? Nee, irgendwie ist hier gerade tote Hose, wo sind die Verfolger? Die haben ganz verfreulich, man. Bitte, lass da Schilding den Kopf klatschen. Musst du laut denken? Ja. Die Brücke, komm schon. Spack, Alter. Holy Shit. Ach, guck mal, jetzt hat er eine Maske aufgezogen wegen dem Feinstaub. Wahrscheinlich auf der Unterbahn. Hörst du auch? Wahrscheinlich nur LKW durch. Let's Shrug hat wohl auch nur Abgasnorm Euro 1, oder was? Also nicht voran. Der hat noch nie mal einen Cut. Ach du Scheiße. War da ein Schild? Nee, aber jetzt... Soll ich mal euch entgegenkommen? Soll ich mal entgegenkommen? Dann können wir rammeln? Ich will gucken, ob die runterfliege. Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich rammeln? Soll ich rammeln? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. lustig hat aber kalt bis hin um Dach er hat auch nicht als Fliegen abbekommen die Bezüge die Maske aber als Fliegenfänger die Papst Wortwörtlich vor allem 60 Kinder verfolgt sicher das hat es kann nicht so viel vor Prokert um das das ist das Parkhaus aber ich habe Fossilien Duell was war das?